Hallo ihr Lieben, mein Name ist Elke Alexandra Miller, ich bin zertifizierte Reiki-Praktizierende, Energetikerin, Geistheilerin und Akasha-Chronik-Consultant. Mir ist es ein Herzensanliegen, viele viele Menschen in ihre innere Kraft zu begleiten und einen Weg aufzuzeigen, wie man ganz natürlich seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Auf dem Wege des Herzens Festivals werde ich Dozentin für das Thema Reiki sein. Ich biete einen Workshop zum Thema Reiki an und man kann mich auch für einzelne Reiki-Behandlungen buchen. Dass sie viel mitnehmen, zum einen theoretisch, was Reiki ist, wo es herkommt, was man damit machen kann. Wir werden auch Übungen machen, dass man die Energie mal richtig spürt, weil es halt auch anders drüber zu lesen, als es auch wirklich mal zu spüren. Das ist tatsächlich meinem Herzen zu folgen. Das geht mal besser, mal nicht so, aber ich bin auf einem ganz guten Weg. Wichtig ist mir einfach immer in der Liebe zu sein und in Verbundenheit mit mir, mit anderen Menschen. Und genau das wünsche ich euch auch. Bis bald auf dem Festival!